Und damit meine Lieben, begrüße ich euch herzlich willkommen zu Celeste Guardian. Wir machen weiter in dem Spiel. Oh, das geht aber weit runter. Hätte ich bloß fest. Oh, das geht doch. Heftig, dass er die Tür aushält, ey. Ich lasse erst los, wenn ich fast am Ende bin. Vorher lasse ich hier bestimmt nicht löst. Ich will immer kreisdrücken. Ich weiß nicht, was mich dazu veranlasst, aber ich will immer kreisdrücken. Oh, oh oh oh. Puh, das war knapp. Oh, oh oh. Nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Oh, oh oh. Oh, oh oh. Oh, oh oh. Ich weiß, ob. Ich weiß nicht, ob ich k souvenirstube. Na komm. Vorsicht, es kommt! Oh, wasser? Oh, wasser? Oh, wasser? Oh, wasser? Da ist ein Faustrund, aber wieso geht das jetzt, frag mich. Ach, verdammt. Okay. Gut, jetzt haben wir ihn einmal so. Jetzt müssen wir nochmal zurückholen. Okay. 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 Ich glaube, es geht nicht raus. Entschuldigung! Jetzt muss ich gerade kurz gucken. Kieken, kieken, kieken. Ich hätte hier hin müssen. Kieken, 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 kieken. Kieken! Weil da drüben, da sieht man es, da wäre jetzt noch ein Fass, nur will ich mich da jetzt nicht großartig da abrackern, weil das ist halt richtig schwierig, den zu manövrieren und deswegen... Vorsicht, nicht erschrecken. Na komm, du müsst jetzt eigentlich hier hochgesprungen kommen. Jawohl, da ist er ja. Genau, weil es gibt hier vorne nämlich halt... B-roll hochgesprungen. Nuh, du, Dombats. Was? Ja, weil er muss da oben durchspringen. Ja, genau. Vorsicht, er kommt! Ja, da sitzt er ja grad da oben drauf, aber ich wollte halt aus dem Weg gehen, weil ich keine Lust hab, dass der uns da auf den Kopf latscht. Hier geht's runter. Wo ist er? Da ist er. Ja, genau. Er guckt halt immer wieder nach oben und überlegt, wie er halt da hochkommt, ne? Aber er hat halt keine Flügel. Also er kann halt einfach nicht mehr fliegen. Tut ihm auch ein bisschen leid, ne? Dass er halt da nicht mehr hoch kann und fliegen kann, ne? Ja, der Arme. Die Alten haben ihn immer als Dings beschrieben, als Menschenfresser, aber... Man sieht davon ja eigentlich so gut wie fast gar nix, ne? Dass er angeblich ein Menschenfresser ist. Das wäre ein schön langer Hackfleisch. Ähm... Genau, wir müssen den jetzt mal hierher lotsen. Das ist halt... Das wäre ja... Das wäre ja... Ja, die Lerse brauche. so gut... Wie geht's vor? Ja, jetzt! Hier, ich ruf! Ja, jetzt! Ja, jetzt! Was ist das? Oh Oh Genau Und jetzt müsste er eigentlich Da hoch springen Ja Ja Holy shit Und jetzt runter Runter Oh mein Gott Oh Aber Was ist los? Hm Hm Sehr komisch Der hatte davor gerade Angst Gucken wir mal, was da oben ist Naja, ich glaub da oben ging's weiter Halt, stopp, 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 stopp Irgendwas stimmt gerade nicht Irgendwas stimmt gerade nicht Der flippt gerade total aus Mach jetzt keinen Scheiß Schnellen 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 jawoll schönes ding ich frag mich zwar was an der an dem holz zu lecker sein soll aber schmeckt sie anscheinend ja ich weiß wir beenden mal über hier schon wieder die folge dann machen wir nächstes mal an der stelle hier weiter ich bedanke mich recht herzlich dass ihr eingeschaltet habt und sage bis zum nächsten mal bei the last guardian und dann geht es hier an der stelle weiter bleibt dran bleibt gespannt bis dahin sage ich tschau tschau bis denne